Hallo und willkommen zu Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. In der Vergangenheit habe ich einmal im Monat einen Podcast gemacht. Der hat sich zunehmend dazu entwickelt, dass ich da zu einem bestimmten Thema meine Meinung gesagt habe. Den Podcast in der bekannten Version werde ich so nicht fortführen. Aber ich werde weiterhin einmal ein Video machen, in dem ich meine Meinung zu einem bestimmten Thema sage. Und das Ganze natürlich sehr ehrlich, sehr offen, hoffentlich auch einigermaßen fundiert und in reiner Textform. Sodass man es sich weiterhin, wer es möchte, ähnlich wie einen Podcast anhören kann. Weil es keine bis kaum unterstützende Bilder oder Texteinblendungen gibt. Aber die, die den Podcast zu langweilig fanden, weil es einfach nur ein stehendes Bild oder Foto war, haben jetzt etwas mehr Bewegung im Bild. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss. Und in dieser Art und Weise möchte ich das zukünftig fortführen. Wenn ihr Interesse an solchen Sachen habt und möchtet, dass meine Videos entsprechend geklickt werden, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder falls es noch nicht geschehen, abonniert auch gerne meinen Kanal. Weil das hilft mir, bekannter zu werden, mehr Leute anzusprechen und mehr interessante Themen zu machen. Apropos interessante Themen. Mir brennt schon länger ein Thema auf den Nägeln. Und das ist das Thema Servicezeiten bei Uhrenmarken. Insbesondere Servicezeiten bei Revisionen. Und hierbei meine ich nicht die Zeit, die der Uhrmacher oder die Servicekraft wirklich an der Uhr arbeiten muss. Was eine gewisse Zeit dauert, dauert diese Zeit eben. Sondern ich meine den gesamten Zeitraum, den kalendarischen Zeitraum, den eine Uhr bei der Uhrenmarke beim Hersteller, beim Servicecenter liegt. Und ich keinen Zugriff darauf habe. Ich habe mir mal Gedanken zu einer Standardrevision gemacht. Also nicht, wenn irgendwas großartig kaputt ist, bei einer Vintage, wo es teile nicht mehr gibt, sondern eine 0815 Plain Vanilla Standardrevision. Wie lange die meiner Meinung nach dauern könnte, beziehungsweise dauern dürfte. Gehen wir davon aus, dass ich nicht persönlich zu dem Servicecenter hingehen kann, sondern dass die Uhr verschickt werden muss. Das heißt, sie wird hingeschickt, sie wird zurückgeschickt. Ich habe für jeden dieser Wege zwei Tage gerechnet, sodass wir hier schon mal vier Arbeitstage haben. Dann muss das Werk zerlegt werden, gereinigt werden und wieder zusammengesetzt werden und gegebenenfalls auch Teile ersetzt werden. Nachdem ich ein Uhrenseminar gemacht habe und weiß, welche Standardvorgaben Uhrmacher haben, um ein Standardwerk zu zerlegen und zusammenzusetzen, weiß ich, dass dieser Vorgang zerlegen, reinigen und zusammensetzen mit einem Tag mehr als großzügig bemessen ist. Dann sind wir bei fünf Tagen. Dann fände ich es natürlich auch ganz gut, wenn eine gewisse Gangkontrolle stattfindet und die auch über einen längeren Zeitraum, nicht nur auf der Uhrwaage, auf der Zeitwaage, sondern auch ein kleines bisschen aufwendiger. Ich habe das mal bei einem Uhrmacher machen lassen. Der hat dafür mehrere Tage gebraucht. Also habe ich auch hierfür fünf Tage angesetzt, nur für die Gangkontrolle auf der Zeitwaage, real oder wie auch immer, sowie nochmal einen vollen Tag für die Endkontrolle, Endabnahme, Rechnung schreiben, verpacken, versenden und diese Geschichten. So dass ich bei vier Tage Postlaufzeit, ein Tag Netto-Revisionszeit im engeren Sinne, plus fünf Tage Gangkontrolle, plus ein Tag Endkontrolle und Rechnung sind elf Arbeitstage, über den Daumen gepeilt, grob zwei Wochen. Jetzt wartet natürlich jemand darauf und fängt direkt mit meiner Uhr an. Also habe ich nochmal ein bis maximal zwei Wochen Vorlauf draufgelegt. Also alles zwischen zwei und vier Wochen, die ich auf meine Uhr nicht zugreifen kann, würde ich noch akzeptieren, wenn die Hersteller, die Uhrenmarke, die Servicezentren, ihre Arbeit, ihre Ressourcen, ihre Aufträge, die Arbeit, die reinkommt, einigermaßen planen würden, beziehungsweise den Rückstau, den sie haben, ihren Kunden gegenüber offen kommunizieren würden und nicht einfach alles annehmen und auf Halde legen. Wie lange sind denn jetzt die tatsächlichen Zeiten, die eine Uhr weg ist, wenn man sie zur Revision schickt? Nach meiner letzten Erfahrung mit einer relativ einfachen Uhr ohne besondere Zusatztechnologien mit einem Standardwerk war meine Zeit 14,5 Wochen und ich habe erfahren, dass das wohl tatsächlich noch schnell gegangen ist. Nichtsdestotrotz, nach meinem persönlichen Maßstab ist die Uhr 10 Wochen ohne Grund nicht bei mir gewesen. Man kann jetzt mit gutem Recht sagen, was ärgert es dich? Du hast doch genug Uhren, auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an. Das ist auf der einen Seite richtig, aber da ich genug Uhren habe und es auf eine mehr oder weniger nicht ankommt, bräuchte ich mir auch keine neue mehr zu kaufen, denn ich habe ja genug. Was soll ich mit einer neuen Uhr? Und da kommen wir zum Punkt. Eine Uhr ist für mich mehr als nur die Uhr am Handgelenk, die ich trage. Sie ist Teil meiner Sammlung. Ich freue mich daran, sie anzuschauen. Ich freue mich daran, die Auswahl zu haben. Und bei einer Uhr, die zur Standardrevision geht, nach 5, 6 oder 10 Jahren, ohne dass etwas dramatisch kaputt ist, die könnte ich auch noch 4 Wochen länger tragen und in meine tägliche Auswahl einbeziehen. Denn nach so langer Zeit kommt es auf 2, 3, 4 oder 10 Tragetage zusätzlich wahrlich nicht an. Das heißt, mir wird hier tatsächlich ein Nutzungsrecht, die Nutzungsmöglichkeit der Uhr vorenthalten und das Ganze ohne Grund und zwar monatelang. Und das stinkt mir gewaltig. Das ist also der Grund, weswegen ich mich über diese Handhabung aufrege. Wie könnte man es anders machen? Man könnte eventuell Termine machen. Das funktioniert bei jedem Arzt. Das funktioniert beim Zahnarzt. Das funktioniert beim TÜV. Das funktioniert bei Autoreparaturen. Das funktioniert auch, wenn ich Sachen bestelle. Die sind ja auch nicht da. Und ich muss auch nicht monatelang im Geschäft warten, bis die Sachen kommen, sondern ich werde informiert. Du kannst sie jetzt holen. Und dann werden sie vorgehalten. Ich gehe hin und hole sie mir ab. Ich hatte dieses Thema schon in einigen Foren angesprochen und hatte unterschiedliche Meinungen mir eingeholt, auch schon kleinere Gedankenaustausche gehabt. Und ein Argument gegen diese Handhabung mit Terminen sei, der Zeitaufwand sei zu groß. Kunden würden dann nicht erreichbar sein, die Uhren würden liegen, das sei unglaublich schwierig in der Kommunikation und man bräuchte auch eine zusätzliche Software, um den ganzen Aufwand zu verwalten. Fangen wir mal mit dem Zusatzaufwand an. Eine Revision kostet mehrere hundert Euro. Bei mehreren hundert Euro Serviceleistung darf ich erwarten, dass auch ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand von 10 oder 15 Euro mit eingepreist werden kann oder dass man dem Kunden zumindest die Wahl lässt. Ich wäre auch bereit, 10 Euro mehr zu bezahlen, wenn ich einen Termin hätte und die Uhr nicht beim Hersteller in der Schublade irgendwo im Schrank lege, sondern bei mir. Aber ich möchte die Wahl haben und nicht gezwungen sein, wochenlang die Uhr ohne Not wegzugeben. Dann heißt es, die Kommunikation sei so schwierig. Kunden würden nicht erreicht, die Uhr würde rumliegen, Ja, das mag in Einzelfällen zutreffen. Aber es funktioniert auch in anderen Branchen. Auch wenn die Autowerkstatt anruft und sagt, dein Auto ist fertig, dann bin ich auch erreichbar und der Wagen steht nicht Ewigkeiten rum. Wenn ich meiner Frau einen Ring bestellt habe, der Juwelier ruft an, der Ring ist da, dann bin ich auch erreichbar. Insofern zählt dieses Argument für mich nicht. Ich wüsste nicht, warum beim Thema Uhren oder Service für Uhren die Kommunikation mit dem Kunden schwieriger, langwieriger oder komplizierter sein sollte als in anderen Bereichen. Das ist für mich ein vorgeschobenes Scheinargument. Und was die Software betrifft oder der Verwaltungsaufwand, die Tools, mal ganz im Ernst, das gibt es am Markt, das ist keine Hexerei, wenn ein Handwerker mit einer Zwei-Mann-Kfz-Werkstatt in der Lage ist, Termine zu verwalten, wenn ein Zahnarzt mit einer Zahnarzthelferin im Büro in der Lage ist, Termine zu verwalten, wenn es ein Notar kann mit einer Notarfachangestellten und es schafft, Termine zu verwalten, dann erwarte ich von einem Unternehmen, was mehrere Dutzend Mitarbeiter hat und Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Euro Umsatz macht, dass die auch in der Lage sind, Termine zu verwalten. Das ist kein Hexenwerk, das ist keine Zauberei, das ist schlicht und ergreifend ein kleines bisschen Fleißarbeit und nicht mehr. Insofern finde ich diese ganzen Argumente extrem vorgeschoben und es stinkt mir gewaltig, dass ich eine Uhr, die mal gewartet werden müsste, aber grundsätzlich eigentlich noch läuft, monatelang weder Seel noch anfassen kann, noch tragen kann und mich in keinster Weise an der Uhr erfreuen kann, nur weil der Hersteller sie bei sich in den Schrank legt und mir nicht die Möglichkeit gibt, sie bei mir in den Schrank zu legen und abzugeben, wenn er auch daran arbeiten will und nicht auf Vorrat. Ja, das ist meine Meinung. Wie gesagt, das ist ein Thema, was mir gewaltig stinkt. Ich weiß, manche sehen das ganz entspannt. Schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, wird mich brennend interessieren. In diesem Sinne, bleibt gesund, freut euch an euren Uhren, sofern ihr sie habt und sie nicht beim Hersteller im Schrank liegen und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel. Bis dahin,